servus und klick auf meine lieben freunde willkommen zurück leider wieder ein bisschen verspätetes video aber ihr kennt mich ich verprobiere mein bestes heute geht es um der band die ich vor jetzt muss ich überlegen glaube drei jahren gesehen habe auf nice to youtube fest in tschechien was eines meiner stammfestivals ist grüße geht raus an alle leute die immer auf ein nice to youtube sind es geht um der band wie ihr seht meine lieben freunde die fernend dazu ehrenvoll natürlich auch die dieses wunderschöne ich das ist so eine art baseball long sleeve die artige ärmel sind halt ein bisschen kürzer das ist halt ein bisschen freis finde ich mal geil sie ist ja sehr gern auch an gerade beim sport oder so und die jungs haben jetzt ein neues musikvideo rausgebracht in faschismus neues musikvideo zwei platten habe ich schon von denen die erste platte und die zweite platte von ihnen mir fehlt jetzt nur noch die aktuelle da muss ich aber noch mal schreiben mal gucken wie es ran krieg ich hoffe auch zu spielen auch mal wieder in deutschland oder an sich in europas hatten ja damals eine eu tour gehabt ich gucke mal vielleicht blende ich auch dann mal mit ein mal kurz und die jungs machen sausa geile mucke so eine mischung aus death black so ein teil so ein bisschen hardcore passagen noch mit drin aber ziemlich 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 mal was eine neue mischung finde ich persönlich ziemlich geil und deswegen er zieht uns jetzt einfach mal rein deswegen let's fucking go muss man mal lauter drehen hier geht schon gut ins gesicht schön rein schallern geht gut rein leute geht richtig gut runter derjenige den wir gerade gesehen kannte ich jetzt nicht ist vielleicht entweder ein feature ich habe keine ahnung oder vielleicht jetzt aktuell noch ein zweiter sänger ich weiß es nicht aber alter das pumpt richtig ne stell dir das noch mal vor du gehst noch was weiß ich nicht bist auf ein bisschen im schwimmen drin pumpst du die seele aus dem leib genau das das ist genau das feeling oder schön auf dem auf dem festival wie gesagt ich habe sie live gesehen machen richtig schön party richtig schön folge ist eine schöne dampfwalze nach vorne ins gesicht bis zum nächsten mal Oh, baby! Ewel, alter! Holy shit! Gefühl ja auch das Schlagzeug, ne? Es ist doch so bestialisch geil, ne? Die Jungs sind alle tippitopp, ne? Ich fühl das, alter. Ich krieg schon nicht so einen richtigen Nackenhaaraufstellung. Das ist richtig geil. Ich hab den, wo ich sie damals gesehen habe, hatte ja damals der, äh... Igollur... Igollur... Oh, ich kann's nicht aussprechen. Das ist ja... Nehmen wir's bitte nicht übel, auch wenn ihr's seht. Ähm... Damals noch lange Haare gehabt, ne? Und jetzt hat er sich die komplett runter rasiert. Richtig, richtig geil. Hab damals gesagt, wo die auf die Bühne gekommen sind, der sieht mehr aus einfach wie der Sänger von dem Monomorphe, nur in dünn. Und das war halt auch genauso. Äh... Müsst ihr mal... Vielleicht gibt's ja noch den ein oder anderen Auftrittsaufnahme vom Nice to Eat You. Müsst ihr euch mal reinsehen. Ja, saugeile Mischung. Ist auf jeden Fall wild. Also es ist für mich halt alles so mit drin, von New School, Death Slam und so leichten Hardcore Touch mit drin. Ich fühl das irgendwie... Ach, geil. 了... Ja, kommt rein. Ja, kommt rein. Ja, vert kommt rein! Ja, kommt rein! Ja, kommt rein! Ja, Pengisten! Ja, dropatamente rein! opa! Typisch so ein typischer Hardcore-Part jetzt Eigentlich Oh Schenk Ruvie Schenk Ruvie Ah 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 Schöner geiler Übergang Das riecht nochmal ins Dampf, weil sie kommt Oh 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 Halt die Fresse Das zieht Hach Hach Huch Huch Was Jetzt soll man verschissen nochmal dazu sagen Was soll man denn dazu noch sagen Ah ja Das ist ja Das ist ja crazy As fuck Das ist ja Mütterisch geil Ich fand ja dieser Dieser Part jetzt am Ende Der ist so reingeschallert Er hat mich so in die Rübe Das hat richtig so Das hat richtig gezogen Das war gut Dann hab ich einen leichten Äh Ja Harten Kobold bekommen jetzt gerade Krass geil Das nächste Album muss gekauft werden Ich muss aber so noch das letzte Album kaufen Danke, dass ihr mich erinnert habt Ne Ihr Klein Muggel Ja Ne Ja Was Was für eine Band Was für eine Band Ich kann nur sagen Support Äh Geht raus Aus einer Aber einer Band Die wahrscheinlich Nicht so gesehen wird Und deswegen Standardweit Hat es schon sehr gut präsentiert Kriegt auf jeden Fall Ein dickfett Big Like Ne Definitiv Und ähm Es sucht die Jungs Supportet die Jungs Kauft ein Album Ist auf jeden Fall Ein Gold wert Weil die Jungs machen halt Echt geile Scheiße Und kommen aus Island Was Wo man vielleicht noch An Feen glaubt Und sowas An den Land Wo vielleicht Schöne Natur Und alles noch herrscht Absolut geil Ich kann sie nur weiter empfehlen Und deswegen Dicker Kuss Geht an euch alle raus Bleibt gesund Trinkt viel Natürlich Wasser Und Danke Dass ihr eingeschaltet habt Ich beende das Nun Und gehe mit einem Kribbeln In Richtung Der Brutzelstube Machen wir jetzt erstmal Einen Quark hier rein pfeifen In diesem Sinne Vielen Dank fürs Einschalten Und danke Für euren Support dauerhaft Also Absolut geil Es ist mir immer nur eine Freude Videos zu machen Von daher Tschü mit Ö Bis Peter Siege Fick in Wochen Bis in zwei Wochen